1 Ja, wer fängt an? Ja, du fängst an, Wobra! Alles klar! Dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Wir sind hier bei ETS 2 Multiplayer und wir fahren mit Onkel Nubi. Hallo Nubi! Hallo Wobra! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung. Heute ist es soweit. Wir fahren mit Wobra auf ETS 2 Multiplayer. Endlich, endlich, endlich! Ich glaube der, der sich am meisten freut daneben uns, das ist Schlawinski, glaube ich. Ich glaube der freut sich am meisten darüber. Ja, das glaube ich auch. Der freut sich sehr darüber. Schlawinski, altes Haus. Aber echt, der wird mit Sicherheit mit Vorlieben uns zuschauen. Ja, das glaube ich auch. Tja, wir haben eine Tour gefunden. Jeder so für sich eine, aber ziemlich in die Nähe ist irgendwie. Ich glaube ich musste südlich Polen und Wobra nördlich Tschechische Republik, ne? Ja, höchstlich so. Ja, also knapp dicht beieinander sind wir beide. Genau, genau. Halbe Stündchen in Game Zeit wahrscheinlich oder so. Ja, höchstens, höchstens. So, jetzt müssen wir noch eine Münze werfen, wer wem hinterher fährt und wer vorweg fährt, wer sein LKW vorne kaputt macht und wer dem anderen hinten den Auflieger kaputt macht. Aber ich glaube, da ich die kürzere Tour habe, fahre ich vor, ne? Oder? Richtig. Ja, so wird es immer gemacht, warte. Genau. Dann rein in den LKW. Ja, starten wir die Karren mal. Ach, Maschine an. So, und ich darf vorfahren, ne? Ja, genau. Ich fahre dir einfach mal den Anhänger kaputt. Ja, so ist der Plan. So, mal sehen, ob ich hier überhaupt jetzt noch so rauskomme. Ohne den Zaun hier gleich rechts mitzunehmen. Das ist ja für unser schickes Gruppenfoto haben wir uns natürlich dann so hingestellt, dass, ja, wir schüften nicht mehr dann. Ja, das ist so. Naja. Dass ich besser rauskomme. Dass du besser rauskommst, genau. So haben wir das gemacht, ja. Ich bin ja eh der Chaotenfahrer hier. Ich mache ehemaliges kaputt. Ich schaue mal nach links. Nö, da ist keiner, ne? Nach links ist keiner. Ich fahre jetzt hier mal so. Link dran, ich habe 24 Tonnen hinten dran. Ja. Ja. Was hatte ich gesagt, was hatte ich noch mal? 16. 16, ne? Den hängen wir ab, den Wopra, der kriegt uns nicht. Ja, genau. Oh, ich habe die starke Maschine drin. Das klappt schon. Das ist die nächste. Ich habe auch 750 PS. Hast du überhaupt Licht an? Oh, ne. Nö, nö, nö. Licht, du. Das ist was, was ich immer vergessen habe. Ah, jetzt hat er Licht an. Ja, er soll ja an. Denk dran, die nächste Tankstelle müssen wir mal anfangen. Ja, das ist nämlich sehr wenig Sprit. Wie weit kommst du denn noch? Das ist eine gute Frage. Wo steht denn das? Der Tankwart sagt immer, mit dem Finger mal kurz in den Tank und dann je Fingerkuppel, die du versenkst, ungefähr noch 50 Kilometer. Ich glaube, da würde ich nicht mehr dran kommen. Ich habe 200 Liter drin, ungefähr. Ja, das müsste aber noch 400, 500 Kilometer langt das doch noch. Ja, ja, 530 sehe ich gerade, ja. Ja, bis dahin finden wir hier auf Garantie noch eine Tankstelle. Ah, jo, das passt. Ja. So, dann lassen wir mal schön Stockholm hinter uns, ne? Ja, auch endlich mal aus Skandinavien raus. Das erste Mal seit langem, dass ich da rausfahre. Ich versuche ja immer noch die letzte Stadt zu erwischen, aber irgendwie klappt das nicht. Ja, das ist immer so. Das letzte erwischte irgendwie nie. Ja, ne, die vorigen zwei hier in Nimbingsbums da und noch die andere daneben hier unter Stockholm, die beiden. Die habe ich ja nur durch, äh, dran vorbeifahren. Es geht hier übrigens gleich wieder raus, ne? Ja, ich sehe es gerade. Also den Weg haben wir, den ersten Weg haben wir ja eh gleich. Ja, genau. Ich schätze mal, du kommst so, sogar so ziemlich an, ja, dürftest so ziemlich dieselbe Route eigentlich haben, sogar wie ich. Na, wir werden es mal sehen. Wir werden es mal sehen. Der Vorteil ist natürlich, wenn wir jetzt gleich mit der Fähre fahren, ja, dann kommen wir direkt, glaube ich, in Polen an. Da ist der Sprit natürlich günstiger als in Skandinavien. Ja, das stimmt. Kannst du gleich wieder günstig tanken. Du bist auch ein Sparfuchs, ne? Ja, genau. Du musst ja... Wir haben aber leider noch hier kein TSM oder sowas. Da unten in Kairo, da ist es ja saubillig. Ja, das stimmt. Wobei, jetzt im Augenblick fahre ich ja auf der Russmap. Stimmt. Auf der neuen 1.6. Und ich muss sagen, da kostet der Liter Diesel auch so 52 Cent. Also... 52 Euro ist ja auch sportwillig. Na, da kann man also auch mal so den Ural, den ich da jetzt im Augenblick fahre... Äh, das ist ja so ein richtiges Spritsparwunder, ne? Anlassen 25 Liter weg. Ja, das habe ich gesehen. Ja, das ist geil. Da musste ich auch jedes Mal lachen. Ich glaube, du bist in der Folge zwei oder dreimal zur Tanke gefahren oder sowas, ne? Ich war nur am Tanken. Ja, ja. Der Tankwart war mein bester Freund. Ja. Der hat gerne dein Geld genommen. Ja, zum Glück war es ja nicht so viel, weil es da so günstig war. Ja. Ja, das wird das Muster auch günstig sein da. Also das war ja... Äh, ne? Ja. Ne? Bei den Straßen kann der Sprit nicht teuer sein. Ne. So. Ja, mit Lenkrad, da ist halt Feeding ja eh viel besser. Also wenn ich jetzt mit der Maus da lang fahre, dann kommt ja auch kein Feeding auf, so, ne? Das ist ja... Da muss man ja schon das Lenkrad haben mit Force Feedback. Ja, das erste Mal habe ich mich auch richtig erschrocken. Also da ist mir das Lenkrad... Man sitzt ja immer so, so wie hier jetzt im Augenblick, ne? Ich kann das ja mal bildlich so kurz beschreiben. Lässig mit einer Hand, natürlich, ne? Ja, ja. Also da wäre eine Tankstelle. Wollen wir noch weiterfahren? Oh, mir ist egal. Ich fahre lieber hier dran, weil ich kann mein Gehirn. Also, also ich fahre dann, äh, ich kriege auch sonst nicht mit. Ich muss ja eh hier drehen, nochmal. Ja, genau, drehen muss man. Na, ich muss hier stärker bremsen, weil der, äh, bremst ein wenig langsamer. So, ich fahre hier in die Spur rein. Ich geh ja schon weg, ich geh ja schon weg, ich geh ja schon weg. So, ich lass dir Platz. So, komm ich überhaupt rein. Ach, scheiße, ich bin, äh, jetzt fahre ich auch noch hinter dir her. Ja, ja, ja. Voll lauter, lauter hier. Voll lauter, lauter, ne? Ja, ja, während Wopra tankt, erzähl ich euch nochmal, ne? Lässt sich das Lenkrad in der Hand, wie ich so gewohnt bin, mit einer Hand, ja? Fahre das erste Mal durch so ein Schlagloch der LKW fast in, äh, Straßengraben gelandet. Weil das Force Feedback dann gleich das ganze Lenkrad verrissen hat. Ja, da war nix mehr mit cool, nur mit einer Hand. Da saß ich stocksteif da nach Handsteuer. Ja, das glaub ich, ja. Und auch wach, ne? Wenn man da mal, äh, müde ist oder sowas. Ja. Da wird man dann direkt wach, ne? Da war ich wieder wach. Ja, also es kann weitergehen. Es kann weitergehen? Okay. Ja. Auf geht's wieder zur Fähre. Ich muss mal ein bisschen, äh, ausholen und versuchen, die Tankstelle nicht mitzunehmen. So. Aber wir haben ja doch schon zwei längere, äh, Anhänger, ne? Ja, wir haben rein zufällig auch fast dieselbe Ladung. Nur, dass du natürlich wieder das Großgerät nehmen musst, natürlich. Ja, ich hab den, ich hab den Raupenbagger. Ja. Tö, ich hab mal, äh, vor lauter Freude, weißt du, was mir passiert ist? Nein. Ich hab die Uhr gar nicht gestartet. Hast du doch nicht? Nö, hab ich vergessen. Ich hab sie. Na, siehste. Ja. Wozu hab ich dich denn auch im Schlepptau, ne? Das ist ja wie, wie hier, kennst du noch die alte Serie auf Achse? Ja, natürlich. Das ist schon. Einer hat immer dran gedacht, an irgendwas auch immer. Ja, das stimmt. Da kennst du doch bestimmt auch noch den schönen, äh, Film Convoy. Ah, Robert Duck. Ja, genau. Kennen auch die wenigsten jetzt, die Zuschauer, ne? Ja. Filme aus unserer Jugend, glaub ich, so ungefähr, ne? Ja, genau. Wobei, ich glaub, der lief neulich mal, äh, lief der auch wieder im Fernsehen. Ja? Ja. Ich glaub, der hat's dann aber nur noch ins Nachmittagsprogramm geschafft, äh, also fürs Abendprogramm reicht der nicht mehr. Nee, das, äh, nicht mehr. Oh, warte, stopp. Oha! Die Einfahrt ist hier so. Bin ich fast dran vorbeigefahren. Wie ich da bei dem einen, bei der einen Folge, da, vor lauter, äh, Konvoi gucken, da war nämlich ein Konvoi neben mir. Ja. Hab ich, äh, hab ich da vergessen, genau, Train Omsi wollte ich da bedanken, weil der mir so einen schönen Tipp gegeben hatte. Und, äh, hab dann noch den Konvoi gesehen und, äh, hab dann noch vergessen, dass ich da rausfahren musste, uns dann, äh, den Satz zu verändern. Das hab ich alles vergessen. War alles vorbei. Ja, muss ja natürlich tausend Kilometer weiterfahren. Komm, brav, wir haben die ganze Fähre für uns alleine, guck mal, ne, ein Auto hier drin. Oh, das ist ja Wahnsinn. Ja, das, äh, gibt mir aber zu denken, da scheint was mit der Fähre nicht in Ordnung zu sein, würde ich mal sagen. Ja, ich, äh, ich, äh, ich warte einfach mal, bis du angekommen bist, dann sagst du mir dann, bis du drüben bist. Ja, warte, pass auf, du gitanzt, ne, wir brechen mal auf. Jo. Oh, gleich wird's wieder leid. Ja, viel Spaß. Dieser Fährton ist aber auch immer, ha, macht das Laune. So, dann sag mal Bescheid, wenn ich, wenn ich starf. So, pass auf, ich bin schon mal angekommen, ich fahr hier mal ein Stück beiseite. Achso, huch, jetzt hab ich schon, äh, ein Aufbrechen. Mach nö, ich. Ich hoffe nicht der andere, weil wir haben da noch einen. Wir haben da noch einen? Ja, da kommt noch einer. Ich bin ein Stück weggefahren, ne, kein Problem. Ja, aber ich hoffe, der kommt nicht mit mir zur gleichen Zeit an. Mhm. Oh, fast, der hängt in mir drin. Der hängt in mir drin, jetzt müsst ihr euch nur noch einigen, wer zuerst loskommt, wa? Ach, ne, ach, ne, der ist zwar einer, der ist, äh, von, äh, von hier gestartet. Ah, so, okay. Gut, dann, äh, darfst du? Dann, äh, ich, ich gebe, und zwar Gas. Gibt Gummi. Sagst du so, ich fahr noch im Winter-Mod. Hier gibt's kein Gummi mehr, hier dreht sich nur noch alles. Ja, dann, äh, viel Spaß. So, da dürfen wir gleich auf jeden Fall rechts abbiegen, das ist schon mal schön. Ja, das hab ich auch mal wieder. Siehste wohl. So. Da kommt keiner, das ist auch schon mal gut. Die haben bestimmt auch alle ein bisschen Angst vor uns. Ja, ja, mit Sicherheit. Wenn die schon unsere Namen sehen. Oh, da kommen die beiden kaum. Sonst erleben wir uns ja auch alle nur einzeln, weißt du? Jetzt auch noch im Doppelpack. Eieieieiei. Ist natürlich... Hast du eigentlich schon, äh, hast du eigentlich schon einen Abonnenten getroffen? Nee, bis jetzt noch nie. Aber das ist nicht ja auch leider bei mir so... Mit der Zeit ist das ja immer so relativ, ne? Naja, okay. Und, äh, ich kann das immer eigentlich schlecht planen, wann's denn mal losgehen soll. Ist natürlich schlecht, dann, äh, so nur auf der Straße triffst du hier, hier, dafür ist das einfach zu groß eigentlich. Das muss schon ein ganz übler Zufall sein. Ja. So wie bei uns wohin, dass wir beide denselben Parkplatz an der Werkstatt in Stockholm hatten, ne? Ja, ja. Auch lustig, ja. Ich frag mich, wo steckt wo, Bruder? Steckt der schon mitten in mir drin, ne? So, hier fahren. Ja, ich hab auch gewartet. Yes. Das ist ja die Folge der tausendmal Abbiegen und roten Ampeln hier jetzt wieder. Ja, ich seh schon. Oh, mein Gott, also ich muss hier, äh, ich hab ne andere Lenk, äh, Empfindlichkeit drin. Und, äh, die ist ein wenig, äh, gewöhnungsbedürftiger. So, es geht wieder links, ne? Ja, ich hab gemerkt. Nur damit du dich mit deiner Lenkung nochmal auseinandersetzen kannst, ne? Ja, so ab und zu klappt das auch. So, äh, oh, da sind ein paar Spieler jetzt auf jeden Fall gleich. Oh ja, da kommen wir ja schon, aber bei mir geht's noch. Okay, aber... Also, ich hatte auch noch nicht, äh, in letzter Zeit nicht so viele Probleme mit, muss ich sagen. Also, äh... Ne, toi, 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 der LKW ist auch noch schon lange nicht mehr kaputt gegangen. Ja, bei mir, bei mir doch. Bei mir, ja, haha. Ich hatte zwei Folgen, wo ich nur, äh, irgendeine Crashrunde hatte. Wir haben ne rote Ampel auf jeden Fall hier. Ja, auch wieder, gut. Mal wieder. Falls, falls wir noch keine hatten, hier haben wir mal wieder eine. Also, bremsen mit den Dingen, äh, muss ich aufpassen. Ja, ich... Dass ich nicht in dir reinkrache. Ich fang dich dann auf. Ja, 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 aber ganz doll. Du, du zahlst den Schaden. Ja, genau. So. Ich hab ja, ich hab ja genug Kohle auf dem Konto. Ja, hier, er hat's ja wieder dicke, ne? Der Wopra hat's wieder dicke. Ja, genau, er hat eine dicke Buchs. Ja. Ja. Von meinen Zuschauern, wer den Wopra noch nicht kennt, ne? Der hat's dicke. Also, da könnt ihr gerne mal auf den Kanal schauen. Ja. Ne? Wer nicht die YouTube-Suche benutzen möchte, der muss einfach bei mir da auf der Seite, da unter Empfehlenswerte, äh, Kanäle, da könnt ihr ihn finden. Da steht er auf jeden Fall. Da klickt er einfach mal drauf. Da könnt ihr mal sehen, was der für ein dickes Portemonnaie hat. Ja, wahnsinnig. Respekt. Also, ich hab dich übrigens auch bei mir in den angesagten Kanälen, also, falls meine Zuschauer mal reinschauen wollen beim Nubi, auch in die angesagten Kanäle, da steht auch dick und breit der Nubi mit seinem Manneken drin. Ja, aber halt, äh, nicht so ein dickes Portemonnaie, ne? Nicht so ein dickes Portemonnaie. Ja, das wird noch, ne? Ja, das ist das. Kommt Zeit, kommt Rad und, äh, kommt Beule in LKW wieder. Ja, aber du musst ja auch immer die neuen LKWs kaufen, da ist ja, ne? Ja. Äh, es muss halt immer das Neueste und das Dickste sein, ne? Ja, aber halt die Spur, ne? Waste, ja, der Chef, ne, der braucht immer den dicksten LKW. Genau. Hast du eigentlich die, äh, das Konvoi, den Konvoi gesehen, den wir gemacht haben? Ja, euren Charity-Konvoi, ja, hab ich mir angeguckt, hab ich gesehen. Hast du gesehen, mit dem, wen wir da getroffen haben? Ja, hab ich auch gesehen, aber der war ein bisschen beschäftigt, ne? Ja, ja, der hat's, die waren wahrscheinlich gerade selber am Aufnehmen, ne? So, ich schmeiß mal den Tempromaten so bei 80 rein, wa? Oder wollen wir noch ein Ticken mehr? Ja, mir ist egal. Also, ich hab jetzt 80 drin. Bei mir brauchst du nur ein bisschen länger, bis der da drauf kommt, weil der, ne? Ja, ja. Ja, ich glaub, da, von wegen der Aufkleber bei dir, 750 PS, das ist so ein Fake-Aufkleber. Eigentlich hast du nur 450. Ja, ich glaub's auch langsam, das, äh, fühlt sich ein wenig, äh, weniger an. Aber ich versuch gerade aufzuholen. Ah. Ich bin gleich da. Naja, ich, äh, geschmeidige 80, ne? Ich bin, ja, ich geh jetzt wieder auf die 80, damit ich, äh, deinen Namen wenigstens sehe. Du hast sogar, äh, als, äh, als Nummer die 1966 drin. Respekt. Ja, das ist elf Jahre vor meiner Geburt. Ich erzähl jetzt, äh, bei mir ist das, ähm, weniger. Ah, das ist ja nicht schlimm. Weniger. Aber deswegen auch Onkel, ne? Ja, genau, man ist ja, ne? Man, man sorgt ja für die gepflegte Unterhaltung, ne? Das ist man etwas älter. Ich glaub, die wollen Geld hier von uns haben. Ah, das, äh, das auch noch? Ja, das auch noch, das auch noch. Die wollen... Wo ich so viel von meinen Gesparten abgeben wieder? Die wollen nur unser Bestes hier. Ah, ich hätte auch, äh, neben dir reinfahren können, aber ich hab's, naja. Ja, ich kann dir ein Stück vorziehen. Weißt du wat? Wat? Ich krieg, ich, jetzt krieg ich Hunger. Hunger? Ja, Hunger. Da ist ein Rastplatz. Ne, ist okay, ist okay. Kannst du immer wieder fahren? Achso. Dann fahr ich die, sonst schiebe ich die da an. Ja, hilf mal. Immerhin hab ich ja den Wintermod drin, ist glatt, ne? Ja, stimmt. Äh, also falls auf den Wert rückwärts rollst, ne? Ich, äh, ich bin da und fang dich auf. Ja, da... Und schieb dich noch ein bisschen weiter an. Aber ist dir aufgefallen, hier fahren viele Volvos jetzt, ne? Das muss, muss am Sound liegen, irgendwie. Ja, ja, glaub ich auch. Also, das, das Sound ist ja auch geil gemacht, muss ich sagen. Also, ich finde den viel besser als vorher. Das stimmt auch nicht. Die haben wir sonst alle gleich angehört. Das war ja sonst immer langweilig eigentlich. Ja. Ja, ist gut. Deswegen hatte ich mir den auch geholt. Sie ist das erst gar nicht aufgefallen. Und, äh... Denkst du, hör mal, haben die einen neuen Sound da drin? Was ziehst du denn eigentlich so ab? Ja, weiß ich nicht. Das sind nur 16 Tonnen. Original 750 PS. Ich hatte noch den Tempomat auf 60, 60 stehen. Ah, weil die Bremse noch ein bisschen. Äh, kann das mal passieren, ne? Was sagt eigentlich dein Zeiteisen? Das sagt 17 Minuten. Oh, komm, wir fahren den noch nicht, den Rastplatz. Wir fahren noch eine Runde. Ja, genau. Ich seh dich. Äh, ich bin, äh, ganz weit hinter dir. Ganz weit? Ich muss erst mal aufholen, ja, ja. Ich fahr mal eben 90, damit ich dich auch zu dir aufschließen kann. Okay. Wir haben ja eh noch gute 8 Stunden Fahrzeit. Also, bei mir zumindest. Ja, ich weiß das jetzt gar nicht. Ich guck jetzt mal lieber nicht. Ich hab den, äh, nicht an, hier, den Advisor. Ja, stimmt, ist eigentlich auch sinnlos, ne? So, und dann meinen die Zuschauer jetzt ganz heimlich, ne? Der versucht mit 90 an uns ranzukommen. Haha, schafft er nicht? Ja, ich bin klar. Ich fahr schon 110. Das geht hier doch gar nicht. Ach doch, geht wohl. Ne, wir sind doch auf dem E-Husover 1, wo wir jetzt gerade sind, ne? Gott sei Dank, wir haben's geschafft. Äh, da kann man 110 fahren. Nun drängelt der auch noch. Es ist ja unfassbar. Ja, ich fahr jetzt ja, wie viel fahr ich denn? Oh, ich fahr 90, deswegen. Ja, deswegen kommst du mir so nah, ne? Ja, genau. Ja, das ist bei mir ein bisschen klein, weil ich hab ja einen kleinen Bildschirm. Ein, äh, ich glaub der ist 15 Zoll oder 16 Zoll, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und den in 720p zu sehen, das ist recht klein. Ja, das ist, äh, augenschonend. Und, ja, also den Tempomat erkenne ich, äh, mit, wenn ich nahe dran gehe, nur. Hm. Das ist ja nichts für so einen älteren Onkel wie mich, mit Augenkrankheit quasi. Ja, ich hab ja auch schon eine Brille, ne? Ja. Ja, die trage ich ja nur, damit mich keiner haut, weil, ne? In der Schule hab ich ja gelernt, Brillenträger werden ja nicht gehauen. Ja, das stimmt, aber ich hab, ich hab, in der Schule hatte ich schon keine, noch keine Brille. Ne, ich leider auch nicht, deswegen, ne? Den Trick hab ich ja später. Ja, ja, man wird älter. Ja. Die Schalthand wird langsam, das tut alles wie und, ja, ja. Aber weiser wird man trotzdem nicht. Ne, kein Stück. Ja, deswegen sind wir ja auch alle auf YouTube. Ja, genau. Ja. Können wir hier 90 fahren, sehe ich das richtig, oder? Ne, immer noch 80. Bei mir zeig ich da 80 an, wir könnten bestimmt 90 fahren, also. Ja, ich kann's nicht sehen, bei mir auf dem, äh, äh, hier, Dings-Root-Advisor, da zeigt er, äh, zwar was an, aber ich kann's nicht erkennen. Äh, ne? Die brauchen ein wenig. Hab ich aber mal wieder auch nicht drauf geachtet, ne? War so schön, so. Wenn mein Quatsch, ne? Ja. Da muss man auch mal in die Tasche greifen, bei dir trifft es ja keinen Arm, ne? Oh, Maut, 70 Euro, ich kann mir, uh, au, 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 au. So, dann gib mal Schuhprakete. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. So, wo bleiben wir denn, hm? Ja, ich, äh, ja, ich brauch so mal die Zeit. Wo bleibt er denn wieder? Ja, ja, mach dich nur lustig hier, ne? Ja, meine Damen und Herren, wir haben die Zeit, während wir auf Wopper warten. Links sehen Sie ein bisschen Dunkelheit, rechts sehen Sie ein bisschen Dunkelheit. Hm, hinter uns ist leider auch dunkel, weil er ist nicht dicht genug dran. Gähn. Ja, se? Man muss das Publikum auch mal unterhalten. Action. Ja, 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 ja. Mach mal, ich, das überrasse ich dir gerne. Obwohl, das klang jetzt irgendwie mehr wie auf einer Butterfahrt, ne? Links rausgucken, rechts rausgucken. Ja. Und hier habe ich noch eine, äh, Wärmeheizdecke für Sie. Bingo, ne? Ja, Bingo-Fahrt. Bingo-Fahrt, genau. Mit anschließendem Verkaufsfahrt. Verkaufsfachgespräch. Ja, genau, Fachgespräch, ja. Oh, herrlich, 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 herrlich. So, jetzt habe ich dich, mein Freund. Ja, ich merke das schon wieder, jetzt ist er wieder da. Hier ist auch noch glatt mein Bein eingeschlafen. Was? Ja, das passiert schon mal. Das ist das, Alter. Wir hatten das ja schon. Ja, genau, ja. Das ist, wenn man auch kein Sport mehr treibt, ne? Ist ETS2 Multiplayer, ist doch wie Sport. Ja, das stimmt. Aber nur, wenn man ein Lenkrad mit Pedalen hat, ne? Dann, äh, dann schon, ja. Was soll ich dir sagen? Ich fahre ja auch mit Tempomat. Aber du hast auch Pedalen, oder? Ja, ich habe auch Pedale unten. Aber da, die bald, oh, wir müssen hier rechts ab, sagt man mir. Ach du, die Lend. Ah, ja, dann ist, äh, die Chance waren zu bremsen. Hier ist alles gesperrt, hier wären wir eh nicht durchgekommen. Ah, Gott, ja, die Stelle, ja. So. Die Stelle kenne ich auch noch, da bin ich auch schon lang. Oha, da war. Schneller geht nicht, frag mich nicht, warum du. Nee, du warst gerade eben am Ruckeln und es stand auf einmal kurz vor mir. Am Ruckeln. Wenn du noch einmal geruckelt hättest, dann, äh, ne? Hättest du eine Notbremsung eingelegt. Ja. Aha. Da komme ich schon über die Ecke, das, äh, sieht's. Ah, doch, geht, klappt. So, dann geht's ein bisschen bergrunter, komme ich wenigstens mal schneller in Fahrt, wa? Ich tritt gerade nicht aufs Gaspedal damit und stück dich da raus. Ja, ich brauche noch ein bisschen. So, jetzt, jetzt geht's bergab, jetzt, jetzt, jetzt komisch. Ah, ja, danach geht's wieder bergauf, dann bleibst du wieder hinten fertig. Ah, ne, das, das packt das schon. Ah, okay. Könntest du dich mal ab und zu mal updaten, was wir hier fahren können? 70, glaube ich, ne? Äh, wir sind jetzt hier auf 70, ja, ich. 70, glaube ich, ja. J, J. Der Wachtmeister sagt, 70 ist okay. Juh, das ist gut. Ich glaube, ich mache uns mal nach vorne ein bisschen Licht, so. Das ist so dunkel hier überall. Das stimmt, aber du kannst, äh, so, so, bei dir ist es ja dunkler wahrscheinlich, ne? Ja, und hier ist es eigentlich noch recht hell, muss ich sagen. Bei dem Wintermod, den man hier drin hat, da ist man ja eigentlich fast nur noch im Dunkeln unterwegs, so kommt mir das zumindest vor. Ja, ja, ist auch, aber deswegen habe ich den auch nicht an. Ich hatte das Ganze am Anfang mal gemacht. Da habe ich, glaube ich, noch nicht aufgenommen. Da war es mir eigentlich zu dunkel. Da war ja jeden Tag die ganze Zeit nur mit, äh, Licht fahren. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Wobei, also, er ist sehr schön geworden. Das muss man, also, die haben einen guten ausgesucht. Ja. Der passt wenigstens, der ist überall gleichmäßig, mal stehen, nicht so abgehackt wie auf der TSM-App zum Beispiel. Da hast du ja auch manchmal Stellen, wo eine Spur hat Schnee, eine nicht. Da fragst du dich, wo kommen die, äh, was soll das hier? Deswegen im Singleplayer habe ich die auch gar nicht an. Ne, ich auch nicht. Also im Singleplayer habe ich deswegen auch extra nicht an gemacht, weil ich Bilder gesehen hatte. Ja. Und da war das auch nur so streckenweise. Da war ja zum Beispiel auf den, äh, Speditionsgeländen oder sowas keine, ähm, kein Schnee. Stimmt. Und das, äh, gut, die Räume bestimmt auch, aber, ne, aber ein bisschen Schnee sollte da schon drauf sein, ne? Na ja. Ich nehme mal ein Getränk zu mir. Das ist eine gute Idee. Und im Navi sehe ich sogar schon Rastplatz. Oh, das ist gut. Wir sind nämlich schon bei 24 Minuten. Die Hölle. Wie können wir unsere Zuschauer nur so quälen? Aber echt, die Leiden jetzt. 24 Minuten am Stück uns beide schon ertragen. Ja, das, äh, das, das muss man auch erst mal schaffen, ne? Ja, das ist also hart an der Schmerz. Oh, das ist ja. Fässere ich gerade schneller so mal so. Nö, aber das ist ein sehr süßer Rastplatz hier. Der ist wirklich süß. Oh, der ist ja mega groß. Ja. Aufpassen, dass sonst nicht verfahren, ne? Ja, wie geht's hier nur wieder raus? Ist das kollisionsfrei hier? Ja, nee, ne? Nö. Nö, gut, dann hab ich ja Glück gehabt, dass ich nicht alleine gefahren bin. Ist das kollisionsfrei? Peng. War nämlich ein wenig knapp dran. Ja, 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 ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wie du das so immer hinkriest. Ja, nee, das ist manchmal recht lustig, da kriege ich auch eine Zuckung in der Hand und dann passiert das schon mal. Ja, ja, dann passiert das schon mal. Ja, ja, das ist so. Und ich würde sagen, mit dieser Bomben-Sensation, dass wir brab und zu mal das Zucken in der Hand kriegt, Ja. Kommen wir jetzt erst mal zum Ende. Eine Teaser-Folge, ne? Ja. Was sagst du dazu? Ja, finde ich auch. Und dann kannst du dich ja mal verabschieden. Ja. Ich sag auch schon mal tschö. Mit Ö. Schön mit Ö. Auch an Wobblas-Zuschauer. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß und schaut auch mit euch die nächste Folge an. An meine Zuschauer und Abonnenten. Macht, was ihr wollt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.